Musik Ina Müller TV-Moderatorin Sängerin Königin der Hamburger Hafenkneipe Und er? Er ist der raffinierteste Kunstfälscher der jüngeren Geschichte Wolfgang Beltracki 35 Jahre lang fälschte er Über 300 Bilder schleuste er mit seiner Frau in den Kunstmarkt Bis sie 2010 auffliegen Und für Jahre in den Knast gesteckt werden Heute will Beltracki vor laufenden Kameras Die Sängerin Ina Müller malen Im Stil von Henri Matisse Wo ist denn der Chef? Chefin sehe ich schon Hallo Herr Beltracki Ja, hallo Hallo Ich bin Ina Ich weiß Na? Ah, Sie haben diese schöne Bluse angezogen Für Sie Ja, die ist hübsch Ich habe sogar noch passenden Nagellack dazu aufgetragen Oder finden Sie das schon wieder zu viel? Gefällt mir gut, nee Ganz gut? Ja, wir brauchen ja nur hier so ein bisschen hier oben Ich weiß gar nicht, was wir machen Ich bin etwas nervös Wir malen einen Kopf Ihren Kopf Wir hätten aber auch noch als letztes Aufbau den Hintern malen können Hallo Hallo Helen, Helene Immer mit dabei Helene Beltracki Die Frau des Meisters Sie ist im Komplizinn und Muse Ja, da gehe ich immer Ich habe dich aus dem Fenster gesehen Als ehemalige Pharmaassistentin hält Ina Müller ein paar bittere Pillen für Wolfgang Beltracki bereit Und das Energiebündel kann nicht ruhig sitzen Als Modell eigentlich ungeeignet Aber reizen tut die Ina den Wolfgang schon nach wenigen Minuten Dass man beim Malen so eine Schürze umbindet Ja was, denn soll ich mir meine einzige Hose versauen? Ich weiß nicht, vielleicht was anderes als eine Schürze Das ist eine Maler-Schürze Siehst du doch, guck mal Ja, ja Vielleicht, ich weiß nicht Meine ganzen Fälschungen habe ich daran abgestrefft Sind das noch die alten Fälschungen, die da drin sind? Ja, ja, da sind die doch Ist da auch dieses Weiß drin, was ich verraten habe Da noch in der Schürze drin Du hast ja Glück, dass du keinen umgebracht hast, glaube ich Nein, nein Dass diese Geschichte so wahnsinnig sympathisch ist Nein, ich habe doch keinen umgebracht Wie bei Bonny und Klein Würde ich doch nicht tun Nein, das weiß ich Also ich sage mal so ein Typ wie Maschmeyer zum Beispiel Aber ich habe trotzdem gerne eine Strafe gekriegt, als hätte ich einen umgebracht Als hättest du einen umgebracht, aber dieses Es ist ja schon ein bisschen albern, dieses abends immer ins Gefängnis fahren und da schlafen Wie nervig Ziemlich nervig Oder? Also entweder ganz oder gar nicht Vor allen Dingen, wenn man mit jemandem schläft auf einem Zimmer, den man nicht unbedingt mag Ach, man ist doch zu zweit dann Zu dritt, zu vier Aber das ist doch das Schlimmste dann, oder nicht? Dass man keine Privatsphäre hat Das soll man ja auch nicht Das soll ja auch keinen Ich hatte einen Bankbetrüber, mit dem ich zusammen geschlafen habe Der war ganz nett Der war ja nicht dumm War ja ganz gut Kein Assi in dem Sinne, wo man sagt Ja, aber manchmal ist es besser ein Assi Wenn ich dir nur eine Frage jetzt hätte stellen dürfen Hätte ich, glaube ich, die gemacht, zu sagen Was mich so wundert ist Ist nicht kopieren viel, viel schwieriger als selber malen Das ist natürlich jetzt eine ziemlich dämliche Frage Warum? Weil ich überhaupt niemals ein Bild kopiert habe Ach, du hast Ach, naja, stimmt Du hast nur den Stil dann Die Handschrift Die Handschrift Ja Was machen wir eigentlich? Ich male sie jetzt Ich tut sie, ich mache einfach Ja, machen wir es jetzt einfach Das geht gar nicht so Ich male sie jetzt in der Handschrift von Matisse Matisse war ein französischer Maler Der vor allen Dingen berühmt geworden ist Durch seine Werke in dieser phoistischen Phase Das war von 1905 bis 1907 Okay? Den kennen wir immer, ne? Mit dem roten Punkt Diese blaue Figur mit dem roten Punkt in der Mitte Und den schlecht gemalten Sternchen Also den Ich glaube, wir reden von den zwei verschiedenen Malern Nee Das glaube ich nicht Doch, glaube ich Matthies ist ein Franzose, der eigentlich Anwalt war Nee, war der überhaupt nicht Alles Legende Auch, stimmt auch nicht Nein Nichts stimmt Der war Anwaltsgehilfe Ach so Ja, ja Der war so toll nicht Sein Vater hatte eine Drogerie und eine Samenhandlung Verstehe Es gibt überhaupt nur Jetzt zeige ich dir mal eben Es gibt überhaupt nur drei Porträts, an denen wir uns orientieren können Das ist das Immer Frau mit Hut hat er gemalt, ne? Verdammter Mist Ich kann das nicht Weil das so neumodisches Zeug ist Das Ja Oder das Ja Das ist ein bekanntestes Eine andere Chance haben wir gar nicht Nee Das ist dieselbe Ja Das ist dieselbe Frau Mit Hut, oh Das ist meine Das ist dieselbe Frau Ja, man sieht das natürlich nicht Der Frohismus war die erste Die erste wirklich bahnbrechende Kunstrichtung Im 20. Jahrhundert Wirklich Und alle anderen, die nachher kamen Wie die Deutschen, die dann Die Expressionisten Aber man muss natürlich wissen Stark zerstritten mit den Kubisten, ne? Ja, aber das wollen wir jetzt lieber mal nicht so sagen Er hat ja gesagt Ich habe auch aber gesagt Das ist so, dass die ganze deutsche Ballerei, die moderne Ja Die baut da drauf auf Das ist leider so Komischerweise finde ich diesen ganzen Stil oder das Moderne erst seit ein paar Jahren schön So wie Rosenkohl Ich mochte nie Rosenkohl Und jetzt esse ich den sehr gerne Schöner Vergleich Auf einmal ist man Sachen gern Geht mir bei manchen Sachen auch so Und Kunst ging mir so Picasso immer wahnsinnig auf den Sack mit seinen Strichen und Punkten Und ich dachte auch immer Verarschung Und mittlerweile kann ich damit aber was anfangen Ja, weil man gelernt hat Weil man sich öffnet, glaube ich Und jetzt finde ich das schön Vor 15 Jahren hätte ich gesagt Ja gut, aber wenn ich dich jetzt so male Weiß ich nicht, ob du das dann noch schön findest Das weiß ich nicht Ich rechne nicht damit, schön auszusehen Man erkennt sich ja da gar nicht Nee, vielleicht erkennt man sich gar nicht Nicht wirklich Ja, wie denn? Guck mal, die Augen sind ja nur so große Striche Ja Als Bertracki noch völlig unbekannt und unerkannt war Schuf er 300 Fälschungen Von 100 verschiedenen Künstlern Der Meisterfälscher liebt es heute noch Jeweils in eine fremde Haut zu schlüpfen Wie alt sind eure Kinder eigentlich? 29 und 23 Ach, schon so erwachsen Ja, erwachsen Sind die auch in Frankreich? Nein Der Manu liegt in Deutschland Und Franziska lebt in London London? Ach toll Ist jetzt aber in San Diego im Moment Was machen die? Auch was mit Kunst? Sie, die Franziska, ja Der Manu und ich Lehramt für Französisch und Englisch Ist ja lustig, weil deine Mutter ja auch Lehrerin war Ja, aber Naja Naja Auf jeden Fall Hat er nichts mit Kunst am Kopf Der ist so sehr konservativ eigentlich So gar nicht wie ich Muss man ja auch nicht Nicht immer alles gleich So, die Kinder kommen gar nicht nach ihren Eltern Ja, aber so ist es ja dann immer Die wollen sich ja irgendwie von den Eltern Da fragt man sich immer mal eine Weile Fragt man sich, ist der von mir? Ja Die Biografie unseres Fälschers Wolfgang hieß zuerst Fischer Und war ein scheues Kind Seine Eltern sahen aber schon bald sein Talent zum Zeichnen und Malen Der Vater arbeitete als Kirchenmaler und Restaurator Dieses Handwerk brachte er seinem Sohn bei Als Wolfgang mit 13 diesen Picasso so gekonnt kopierte Stürzte sein Vater in eine tiefe Krise und malte drei Jahre keine Bilder mehr Nach vier Jahren Kunstschule Aachen reiste Wolfgang als Hippie durch die Welt Alles, was mit Zeichnen und Malen zu tun hatte, schlürfte er mit Riesenlöffeln ein Mit Straßenmalerei kam er über die Runden In Amsterdam lebt Wolfgang nach dem Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll Mit psychedelischen Motorradreisen ließ er die Grenzen seiner katholischen Kindheit hinter sich In Marokko verfeinerte er seine Malerei so sehr, dass es nur ein kleiner Schritt zum Fälschen war Er besorgte sich auf dem Markt alte Bilder, kratzte die Farbe ab Bemalte die Leinwand im Stil anderer berühmter Maler Und ließ die Bilder im speziell dafür gebauten Backofen altern Mittlerweile hat er eine Komplizin gefunden Ihren Namen angenommen und mit Helene Beltracki die ganze Kunstwelt mit seinen Fälschungen genarrt Bis, bis ihm bei diesem, dem Holländer Heinrich Kampendonck zugeschriebenen Bild ein kleiner Fehler unterlief Bildracki malte mit einem falschen Weiß und flog auf Verhaftung, Prozess Und mit dem Gefängnisbus in die Haftanstalt Köln-Ossendorf Wolfgang erhielt sechs, Helene vier Jahre Gefängnis Wegen Urkundenfälschung Seit Januar 2015 sind die Beltrackis wieder frei und müssen finanziell wieder unten beginnen Im südfranzösischen Montpellier leben die Beltrackis seit sie Deutschland den Rücken gekehrt haben Mitten in der Altstadt bewohnen sie eine Atelierwohnung Und die Frage, die die beiden täglich begleitet Gibt es ein Leben nach dem Fälschen? Zurück nach Hamburg Zurück zu Ina Müller Ganz klein bisschen lächeln Mal schauen, wie sieht die denn aus dann Ja, so ist schon, nochmal Zu viel, ne? Nochmal Das ist das Problem bei der Malerei So Mimiken festzuhalten Weil die Leute die ja nicht halten Dafür ist die ja nicht da Nochmal ein bisschen Mächeln Und, wie findest du mich so? Naja Oh, es wird aber auch nicht leichter mit der Zeit so stillzuhalten, ne? Doch, ich kann das Also wir können das machen Wenn du das möchtest Also mach mal einfach die Augen mal zu Genau, geht doch Selbst mit den Wimpern kann man die zumachen Einfach zumachen Einfach zumachen, so Henri Matisse Das Vorbild von Beltracchi War während des Zweiten Weltkriegs schwer krank Er musste ein Stahlkorsett tragen In dem er nicht länger als eine Stunde arbeiten konnte Trotzdem galt Matisse als der Maler des Glücks Er bemühte sich um das Glück Ganz gleich, wie schwer es ihm fiel, es zu finden Das macht ihn in den Augen vieler so bewundernswert So seltsam altmodisch Und utopisch zugleich Viel Kunst im 20. Jahrhundert Bestand ja darin Unser Unglück zu zeigen So, Vorzeichnung ist fertig Sag mal, was ist denn hier los auf meiner Palette? Da geht ja gar nicht Brauchst du die? Wofür? Das ist eine Palette Das ist jetzt eine Schokoladenpalette Nein, das ist die Da male ich jetzt drauf Ach so Darauf stellen wir mal Dali auch rüber Jetzt verstehe ich das Helene? Hm? Ist Wolfgang eigentlich eine Rampensau? Nein So ein ich, ich, ich Du musst schon immer so ein Halben dahinter sein, oder nicht? Also mir liegt das mit der Rampe nicht so Ich kann das Aber mir macht das nicht so Also ich habe mehr Hemmungen Und das ist Wolfgang Wir machen ja immer alles so zusammen Ja Alles machen wir zusammen Und das geht auch, ja? Wir machen nur alles zusammen Da muss man sich sehr lieben, wenn man das macht Wir weigern uns auch Wenn die Leute mit uns was machen wollen Soll nur einer kommen Dann sagen wir, nee Weißt du, das wird einfach Das wird einfach zu viel, ja, wann? Und Ist das jetzt das berühmte Titanweiß? Ja, genau Ehrlich? Ja Oh Gott Und ich sitze daneben Das ist tatsächlich Titanweiß Hast du auch mal so gemacht? Scheiße Nein Mathis Der Hauptvertreter des Fouwismus Zählt mit Picasso Zu den bedeutendsten Künstlern Der klassischen Moderne Da ist Wolfgang Beltracchi zu Hause Die kann der Jahrhundertfälscher Ja sowieso alle malen Du kannst doch mal was singen Für mich Nein Nein, ich möchte nicht singen Willst du dich nicht blamieren, ne? Doch Das mache ich ganz gerne Ich blamiere mich auch auf der Bühne die ganze Zeit Ich meine Ich erzähle und singe Du kannst doch singen, oder? Ja, ich singe ganz gut Es vermisst mir echt die Laune Ina Müllers Leidenschaft ist die Sprache ihrer norddeutschen Heimat Plattdeutsch Seit zehn Jahren moderiert sie auch die Fernsehsendung Inas Nacht In der kleinen Hamburger Kneipe zum Schelfischposten Prost Prost Prösterchen Ich freue mich, Prost Prost, Prost Prost Das ist mein Geschenk an dich Ja Ich habe mir gedacht Ich habe das zu Hause schnell gemacht Um mich darauf vorzubereiten Dann habe ich mir zu Hause noch mal Zwei Stündchen Zeit genommen Und dann hätte auch schwimmen gehen Ich verdiene ja nicht so viel wie du Aber ich mache es so normalerweise Wisst du? Das ist aber toll Was machst du damit? Darf ich das haben? Ja, das ist für dich Das finde ich so schön Das fand ich so schön Das ist so Mädchenhaft Ist doch hübsch, ne? Ja, ich bin ja eigentlich auch noch so Eigentlich so In der Seele bleibt man immer so In der Seele bleibt man immer so Und das ist dann der Wahrheit Ja, das ist jetzt Ein bisschen härter Aber das ist nun mal so Wolfgang Belkracchi hat zu Hause Eine Zeichnung von Ina Müller gemacht Weil er ein wenig Angst hatte Dass sein Modell mit der Portrait-Malerei Im Stil von Matisse Nicht ganz glücklich sein könnte Auf der Belkracchi-Zeichnung Sieht Ina auch mehr Gemeinsamkeiten Mit sich selbst Hättest du aber jemanden Den du ganz gerne malen würdest Am allerliebsten auf der ganzen Welt Ja, Wellbeck Wellbeck würde ich gerne malen Der ist so durchgeknallt Ich glaube, ich würde mich köstlich amüsieren Den Papst habe ich schon gefragt Und? Ja, der Sekretär wollte das nicht Hat der das entschieden? Ja, erstmal ja Und das geht dann gar nicht weiter an den Papst? Da sind wir aber noch nicht mit fertig Ja, weil der Neue ist ja ganz cool eigentlich jetzt Ja, den habe ich ja gefragt Ja Naja, es gibt schon eine Menge Leute Wo ich vielleicht sagen würde Die mal ich mal Aber die meisten können sich meine Bilder Auch nicht leisten Ja, ich habe ja immer noch nicht verarbeitet Was du vorhin gesagt hast Ja, aber das ist so In zwei Jahren Kosten meine Bilder Mindestens doppelt so viel schon wieder Und das macht allein die Zeit? Nein, das ist das, was ich mache In diesen zwei Jahren Okay Diese Ausstellungen, die ich ab nächstes Jahr machen werde Die werden den Preis verdoppeln Petracki rühmt sich Dass er jeden beliebigen Maler malen kann Dass er mehr kann Wird er in der Bibliotheca Nationale Venezia Und in der Balachhalle Hamburg Beweisen müssen Gemeinsam mit dem Fotografen Mauro Fiorese Präsentiert Beltracki dort 2018 Die Geschichte der europäischen Malerei Und hofft, in Zukunft im gleichen Atemzug Mindestens wie Matisse genannt zu werden Und jetzt machen wir das, was Matisse gemacht hat Das ist jetzt die Lokalfarbe Und trotzdem Da weiter gemalt Ist er auch im Hintergrund Und da sind wir nicht beim Kubismus Sondern beim Es erzählen nicht so Sachen Du weißt, die Leute lachen nicht nachher aus Wie heißt das mit Fauxismus Faux Fauxismus Fauxismus Die Wilde Das heißt Wilde Fauxwiss Fauxwiss Okay Ach fertig Für heute Den Feierabend benutzt Bildracki und seine Frau Helene in der Hotelbar Um dem Speziellen in der Kunst von Henri Matisse näher zu kommen So, da haben wir die ganzen Matisse-Machwerke Dass die Maler immer ihre Modelle immer alle vögeln mussten Wussten Sie das? Ich weiß auch nicht Matisse zählt mit Pablo Picasso zu den bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne Als Begründer der Fauxwisten, der Wilden, ist Matisse Werk getragen von einer flächenhaften Farbgebung In seinen Gemälden sind die Farben, der spielerische Bilderaufbau und die Leichtigkeit seiner Motive das Ergebnis langer Studien Wir haben also nur drei Bilder, die wir als Vorlage praktisch nehmen können Das ist das Sehr fauwiss Das Das ist ganz hart Das ist ein Schamor Ja Und das Es geht halt um die Farbe Es geht nicht um die Darstellung der exakten Form Und dann gibt es diese Porträts von seiner Tochter Margrit Das kann man natürlich der Ina Müller nicht zumuten, so auszusehen Das kannst du einfach nicht bringen Das ist zu flächig, das wirkt zu kindhaft auch Das ist mir einfach nicht malerisch genug Ina Müller präsentiert Bild Racki stolz ihr privates Kunstkabinett Mann, eine Bildersammlung, ich bin mir stolz Ja, wie schön Das ist für dich nicht schrecklich? Zeigen dir nicht alle Menschen immer ihre purgeligen zwei bis vier Bilder, die sie haben? Ja, das stimmt Guck mal, das mag ich wirklich als Bild Aber doch ein schöner Rahmen Der Grafiker und Maler Horst Janssen ist Inas Favorit Gerne hätten beide sie im Stil von Janssen porträtiert Aber der Lokalmatador fand keine Gnade Aber tausende von Kupferstichen hat der wilde Hamburger bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren ausgekratzt Hast du sowas auch gemacht? Ja, ich hätte also vorgezogen, so eine Zeichnung zu machen Ja Von Horst Janssen, also in der Handschrift Das ist, bei dem kann man dieses Wort Handschrift wirklich anwenden Man setzt sich hin und dann Ich zeichne oft so Dass ich einfach so die Hand laufen lasse Beim Telefonieren so mal Ja, genau Und dann wird's so langsam Und dann ein bisschen kolorieren, oder? Ach, der hat schon tolle Sachen Ja Das sind wir auch mal dann Ja, sowas kenne ich von dem ja nicht Ja, hat er auch gemacht Aber das steht ihm auch nicht so Oder? Nein So, jetzt gehen wir Jetzt gehen wir Da Wolfgangs Haare doch schon etwas dem Alter Tribut zollen Werden ihm Hüte immer wichtiger Der Meisterfälscher und sein Modell unterwegs ins Hotel Das ihnen für diese Sitzungen als Atelier dient Und jetzt kreuzen sich unsere Wege wieder Guck mal, du hast die ganze Du hast alles aufgegessen Du hast die Schokolade Du? Da war doch vorhin noch welche Wirklich? Hast du die auch gegessen? Ja, ne? Schon während ich noch Das war nur so ein kleines Nuss Ja Das ist schon wieder Schokolade Ja, das ist schon wieder Schokolade Ich musste jetzt mal sehen Dass ich diese Das ist natürlich Das ist ja trotzdem Obwohl es da so ein bisschen Du kannst ja auch mal was dazu sagen Ja, ich finde das ja schön Muss ich sagen Ich sehe das hier nur noch nicht so Ja eben Da sind wir ja auch noch nicht Ne, ne? Wir sind ja im Moment Eigentlich waren wir mehr so da Ne? Aber hier geht es so ineinander über Doch irgendwie Es ist so weich Und hier ist es doch eher hart Jetzt ist ja praktisch der Rahmen Nur gesetzt Ja, du musst jetzt gucken Wie du mit dem Was du da gemacht hast Weiter kommst Ja, du musst jetzt die Flächen auf Die Das ist ja eine Gefühlsgeschichte Ja Eine Empfindung Diese Art von Malerei Ist ein Umsetzen Der Empfindung für die Farben Was man da sieht Hat also nichts mit der Lokalfarbe zu tun Sondern nur mit so einer Vorstellung im Kopf Von der Empfindung Und das muss man dann machen Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Ne Ja, nicht Vielleicht mal den Mund halten Vielleicht kann ich einfach mal den Mund halten Das ist ja kontraproduktiv Malen ist eigentlich ein einsamer Job Früher erlebte Bill Cracki auch noch die Einsamkeit des Fälschers Der in fremder Haut steckte und Meisterwerke schuf Ohne mit seinem Namen dazu zu stehen Gibt es das in der Kunst auch, dass jemand sehr berühmt ist Ist das aber eigentlich der Schlagersänger unter den Malern? Ja, ja Ganz viele Wer denn so? Na wann? Na so früher, in der Matisse-Zeit War so Rembrandt, war das so ein Volksmusiker unter den Malern? Ne, Rembrandt war ein absolutes Genie Ja, oder? Ja Der hat doch diese dicken Schinken gemalt, die in den Museen hängen Genau Erzähl nicht so Sachen Kannst du damit viel anfangen? Mit manchen schon, auf jeden Fall Aber die meiste Kunst heute entsteht, also meiner Ansicht nach, aus dem Unvermögen Also nicht daraus, dass jemand was kann, sondern daraus, dass jemand eben nichts kann Und das ist natürlich traurig Ich meine, ich habe die ganze Zeit vergessen, meine Brille anzuziehen Ja, jetzt, und jetzt, wie findest du das Bild? Ja, das macht bei einer Matisse keinen großen Unterschied Ob man eine Brille anhat oder nicht Verstehst du? Aber wir kriegen da schon hin Schön, ne? Und es sieht ja sogar ähnlich Ja, bleibt, die Ähnlichkeit bleibt, ne? Was? Achso, jetzt meinst du, die Blei Naja, aber es könnte ja jetzt was verschwinden Ist erstaunlich, oder? Dadurch, dass man orange Lippen und blaue Ohren mag Nein, ist nicht so, weil die Ähnlichkeit setzt sich aus der Struktur der Muskulatur zusammen Verstehst du? Mhm So, guck mal jetzt Das ist schön, dass du diese mit Bleistift schwarz gemalten, die sind jetzt endlich weg Die sind weg Und damit wird man so alterslos Mhm Nur an der Stirn, da muss noch Ah Ach herrlich Herrlich, ne? Ja Voilà Noch ein bisschen heller Sieht toll aus jetzt so mit der Nase und so auch Ja Ja Kannst du mal sehen Du kannst es halt doch Ja, doch Betonung auf doch Ja Stell dir mal vor, du könntest so singen, wie ich male Na dann wäre ich ja Dann hätte ich ja schon mehrere Echos eingesackt in meinem Leben Matisse ging es um die Farbe Nicht um die exakte Abbildung Und er hatte ein Credo Matisse Ratschlag nimmt sich etwas altmodisch aus Wenn er von den Künstlern fordert Maler hört auf zu hassen Mit Hass kann man nicht kreativ sein Nur mit Liebe Pflegt das Glück in euch durch einen guten Arbeitstag Selbst für uns in Althippie-Beltracki Reinstes Flower-Power-Gerede Ganz schwierig zu signieren Man hat kaum noch eine Fläche Wo man signieren kann Da so seitlich Seitlich, ja Macht man nicht, ne? Ich signiere auch nicht seitlich Wir wären noch ein super Paar, oder? Der Wolfgang und ich, wir wären wirklich Ich glaube, einer wäre nach 24 Stunden tot Würdest mich dann auch angreifen Eine Marke beichet Eine Marke beichet Dich rausschmeißen Jeden Tag einmal Jeden Tag einmal rausschmeißen Und wenn du was Schlimmes gemacht hast Wird immer 10 Bilder unten auf den Kopfsteinpflaster geworfen Im Regen Aus dem Fenster, ne? Säure übergossen Säure, ja Und ich würde immer Du, dann brand die Treppe hochrennen Und würde dich aber natürlich niemals schlagen Nein, aber du stellst Du würdest dir vorstellen, wie es wäre Wie es wäre Es zu tun Ah Und das war Du würdest immer rufen Machst mich wahnsinnig Machst mich wahnsinnig Dann wünschen sich die Frauen, dass der nicht Nee, ich glaube, ihr passt deswegen so gut Weil Helene so ist, wie sie ist Nicht, weil du so bist, wie du bist Ach Sondern da musste jemanden gefunden werden Der das, glaube ich, trägt Und Helene trägt das Ich finde das immer witzig Ja Ich lache mich Also wirklich Ich habe mit keinem Mann so gelacht wie mit meinem Und das liebe ich Aber Das Gute ist, du nervst ja nicht Man freut sich ja auf dich Und du bist ja auch unterhaltsam Das ist ja das Wichtigste Es gibt zu wenig unterhaltsame Männer, oder? Ich bin total unterhaltsam Ja Dass du einkaufen gehen musst Sollten aber andere sagen Das sollte man nicht über sich selber sagen Wieso? Nein, doch Da stehe ich zu Dass du unterhaltsam bist Ja Das ist noch mal eine Minute Gib dir ein bisschen Mühe Ich finde nur, du solltest dir das jetzt noch mal so angucken Und den Begeisterungsschreie ausbrechen Wolfgang! 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 Genau, ich lebe nämlich auch vom Applaus Aber du hörst ihn ja selbst Ja Ja gut Ich kriege es dann in Geldform Eigentlich ist Ina Müller Königin der Hamburger Hafenkneipe Wenn sie den Kopf in den Nacken wirft Den Mund aufreißt und lacht Klingt das wie das Tuten eines Tankers auf der Elbe Das stille Schifflein ihrer Seele Aber steht wie ein Spiegelein auf der Staffelei Jetzt nehmen wir es runter Du musst ein bisschen aufpassen Weil es ist ja noch nicht Ja, es ist Ganz frisch gebacken Boah, das ist festgenagelt da unten noch Und wenn du guckst Guck mal so schräg rüber Dann kannst du sehen Was das für eine Fläche ist Ja, aber das dauert ja eben noch Bis es trocken ist Und wie kriege ich das jetzt nach Hause? Packe ich dir jetzt was ein? Ina Müller Die dem Meisterfälscher schon mal die Larve runterzieht Rempelt sich ebenso zärtlich an ihren temporären Künstlerkumpel Meine Knochen So Leute Tschüss Tschüss Viel Spaß Danke Ich bin Fan Das ist schön Von dir auch, Helene Tschüss Komm gut nach Hause Tschüss Tschüss Der Meisterfälscher und sein Modell unterwegs ins Hotel Das ihnen für diese Sitzungen als Atelier dient Und jetzt kreuzen sich unsere Wege wieder Guck mal, du hast die ganz Nein, nein Du hast alles aufgegessen Du hast die Schokolade Du Da war doch vorhin noch welche Wirklich? Hast du die auch gegessen? Ja, ne? Schon während Das war nur so ein kleines Nuss Schlimm, ne? Hab ich mir extra verwarnt Wirklich? War aber doch gar nicht von dir Das ist kein gutes Foto Hast du schon wieder Schokolade? Du bist am Kaul Das ist aber gut Ich muss dir Ich muss jetzt mal sehen Dass ich diese Das ist natürlich Das ist ja trotzdem Obwohl es ja so ein bisschen Du kannst ja auch mal was dazu sagen Ja, ich finde das ja schön Muss ich sagen Ich sehe das hier nur noch nicht so Ja eben Da sind wir ja auch noch nicht Ne, ne? Wir sind ja im Moment Eigentlich waren wir mehr so da Aber hier geht es so ineinander über Doch irgendwie Es ist so weich Und hier ist es doch eher hart Ja, ist ja noch Jetzt ist ja praktisch der Rahmen nur gesetzt Mhm Ja, du musst jetzt gucken Wie du mit dem Was du da gemacht hast Weiter kommst Ja, ich muss jetzt die Flächen auf Die Das ist ja eine Gefühlsgeschichte Ja Eine Empfindung Diese Art von Malerei Ist ein Umsetzen Der Empfindung für die Farben Was man da sieht Hat also nichts mit der Lokalfarbe zu tun Sondern nur mit so einer Vorstellung im Kopf Von der Empfindung Und Das muss man dann machen Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Nee Ja nicht Vielleicht mal den Mund halten Vielleicht kann ich einfach mal den Mund halten Vielleicht Das ist ja kontraproduktiv Malen ist eigentlich ein einsamer Job Früher erlebte Bill Cracki auch noch die Einsamkeit des Fälschers Der in fremder Haut steckte und Meisterwerke schuf Ohne mit seinem Namen dazu zu stehen Gibt es das in der Kunst auch, dass jemand sehr berühmt ist, aber eigentlich der Schlagersänger unter den Malern? Ja, ja Ganz viele Wer denn so? Na wann? Na so früher, in der Matisse-Zeit War so Rembrandt, war das so ein Volksmusiker unter den Malern? Nee, Rembrandt war ein absolutes Genie Der hat doch diese dicken Schinken gemalt, die in den Museen hängen Genau Erzähl nicht so Sachen Wenn du davor stehst und sagst Du willst dich jetzt nicht total outen, oder? Na, ich hab ja keine Ahnung von Kunst Ja Ich weiß nicht, vielleicht was anderes als eine Schürze? Das ist eine Maler-Schürze Siehst du doch, guck mal Ja, ja Ich weiß nicht Meine ganzen Fälschungen habe ich daran abgestrefft Sind das noch die alten Fälschungen, die da drin sind? Ja, ja, da sind die noch Ist da auch dieses Weiß drin, was dich verraten haben Ja, genau, das auch Ist da noch in der Schürze drin? Ja, 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 ja Du hast ja Glück, dass du keinen umgebracht hast, glaube ich, ne? Nein, nein Dass diese Geschichte so wahnsinnig sympathisch ist Nein, ich hab doch keinen umgebracht Wie bei Bonnie und Clyde Würde ich doch nicht tun Nein, das weiß ich Also ich sag mal so ein Typ wie Maschmeyer zum Beispiel Aber ich hab trotzdem gerne eine Strafe gekriegt, als hätt ich da einen umgebracht Als hättest du einen umgebracht, aber dieses, ähm, es ist ja schon ein bisschen albern, dieses abends immer ins Gefängnis fahren und da schlafen, wie nervig Ziemlich nervig Oder? Also entweder ganz oder gar nicht Vor allem, wenn man mit jemandem schläft auf einem Zimmer, den man nicht unbedingt mag Ach, man ist doch zu zweit dann Zu dritt, zu vier Aber das ist doch das Schlimmste dann, oder nicht? Ja Dass man keine Privatsphäre hat Das soll man ja auch nicht Soll man ja nicht Ich hatte einen Banke drüber, mit dem ich zusammen geschlafen hab Der war ganz nett Der war ja nicht dumm War ja ganz gut Kein Assi, in dem Sinne, wo man sagt Ja, aber manchmal ist besser ein Assi Wenn ich dir nur eine Frage jetzt hätte stellen dürfen, hätte ich glaube ich die gemacht zu sagen, was mich so wundert ist, ist nicht kopieren viel, viel schwieriger als selber malen Das ist natürlich jetzt ziemlich dämliche Frage Warum? Weil ich überhaupt niemals ein Bild kopiert hab Ach, du hast auch, naja, stimmt, du hast nur den Stil dann Die Handschrift Die Handschrift Ja Was machen wir eigentlich? Ich male sie jetzt Ich tut sie, ich mache einfach Ja, machen wir sie jetzt einfach Das geht gar nicht so Ich male dich jetzt in der Handschrift von Matisse Matisse war ein französischer Maler Der vor allen Dingen berühmt geworden ist durch seine Werke in dieser phoistischen Phase Das war von 1905 bis 1907 Okay Den kennen wir immer, ne, mit dem roten Punkt Diese blaue Figur mit dem roten Punkt in der Mitte und den schlecht gemalten Sternchen Also den Ich glaube, wir reden von den zwei verschiedenen Malern Nee, das glaube ich nicht Doch, glaube ich wohl Matisse ist ein Franzose, der eigentlich Anwalt war Nee, war der überhaupt nicht, alles Legende Ach, stimmt auch nicht Nein, der war Anwaltsgehilfe Ach so Ja, ja, der war so toll nicht Sein Vater hatte eine Drogerie und eine Samenhandlung Verstehe Es gibt überhaupt nur, jetzt zeige ich dir mal eben Es gibt überhaupt nur drei Porträts, an denen wir uns orientieren können Das ist das Immer Frau mit Hut hat er gemalt, ne? Verdammter Mist, ich kann das nicht Weil das so neumodisches Zeug ist Das? Ja Oder das? Ja Das ist ein bekanntes Disclosure Eine andere Chance haben wir gar nicht Nee Das ist dieselbe Ja Das ist dieselbe Frau Mit Hut, oh Ganz schwierig zu signieren Man hat kaum irgendwie eine Fläche Wo man signieren kann Da so seitlich Seitlich, ja Macht man nicht, ne? Ich signiere doch nicht seitlich Wir wären doch ein super Paar, oder? Barbara Der Wolfgang und ich, wir wären wirklich Ich glaube, einer wäre nach 24 Stunden tot Würdest mich dann auch angreifen, ne? Ich mag gebeichet Ich mag gebeichet Ich würde dich rausschmeißen, jeden Tag einmal Jeden Tag einmal rausschmeißen Und wenn du was Schlimmes gemacht hast, wird dir immer zehn Bilder unten auf den Kopfsteinpflaster geworfen Beim Regen wiederfinden Du weißt, weil ich... Säure übergossen Säure, ja Und ich würde immer, gut, dann bahn die Treppe hochrennen Und würde dich aber natürlich niemals schlagen Nein, aber du stellst es, würdest dir vorstellen, wie es wäre Wie es wäre Es zu tun Ah Und das war... Du wirst immer rufen Machst mich wahnsinnig Machst mich wahnsinnig Dann wünschen sich die Frauen, dass der nicht Ne, ich glaube, ihr passt deswegen so gut, weil Helene so ist, wie sie ist Nicht, weil du so bist, wie du bist Ach Sondern da musste jemanden gefunden werden, der das, glaube ich, trägt Und Helene trägt das Ich finde das immer witzig Ja Ich lache mich, also wirklich Ich habe mit keinem Mann so gelacht, wie mit meinem Und das liebe ich Aber, das Gute ist, du nervst ja nicht, man freut sich ja auf dich Und du bist ja auch unterhaltsam, das ist ja das Wichtigste Es gibt zu wenig unterhaltsame Männer, oder? Ich bin total unterhaltsam Ja Dass du einkaufen gehst Sollten aber andere sagen, das sollte man nicht über sich selber sagen Wieso? Nein, doch, da stehe ich zu Dass du unterhaltsam bist Ja Zwei, zehn Noch mal eine Minute, ich gebe dir ein bisschen Mühe Nicht, dass es aussieht, hätte ich das dann gemalt Geht doch Ich finde nur, du solltest dir das jetzt nochmal so angucken Hab ich eben schon die ganze Zeit Und den Begeisterungsschreie ausbrechen Wolfgang, 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 Wolfgang Jetzt singt sie doch noch Jawohl, davon lebt man ja, man lebt ja vom Applaus Genau, ich lebe nämlich auch vom Applaus Aber du hörst ihn ja selbst Ja Ja, gut Ich krieg's dann in Geldform Eigentlich ist Ina Müller Königin der Hamburger Hafenkneipe Wenn sie den Kopf in den Nacken wirft, den Mund aufreißt und lacht, klingt das wie das Tuten eines Tankers auf der Elbe Das stille Schifflein ihrer Seele aber steht wie ein Spiegelein auf der Staffelei Jetzt nehmen wir's runter Du musst ein bisschen aufpassen, weil das ja noch nicht so ganz frisch Ach, fertig Für heute Den Feierabend benutzt Bill Tracki und seine Frau Helene in der Hotelbar Um dem Speziellen in der Kunst von Henri Matisse näher zu kommen So, da haben wir die ganzen Matisse-Machwerke Dass die Maler immer ihre Modelle immer alle vögeln mussten Wussten Sie das? Ich weiß auch nicht Matisse zählt mit Pablo Picasso zu den bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne Als Begründer der Fowisten, der Wilden, ist Matisse Werk getragen von einer flächenhaften Farbgebung In seinen Gemälden sind die Farben, der spielerische Bilderaufbau und die Leichtigkeit seiner Motive das Ergebnis langer Studien Wir haben also nur drei Bilder, die wir als Vorlage praktisch nehmen können Was ist das? Sehr provistisch Das? Das? Mhm Das ist ganz hart Das ist ein Schamur Ja Ja Und das Es geht halt um die Farbe Es geht nicht um die Darstellung der exakten Form Und dann gibt es diese Porträts von seiner Tochter, Margrit Das kann man natürlich der Ina Müller nicht zumuten, so auszusehen Das kannst du einfach nicht bringen Das ist zu flächig, das wirkt zu kindhaft auch Es ist mir einfach nicht malerisch genug Ina Müller präsentiert Bill Tracki stolz ihr privates Kunstkabinett Wann eine Bildersammlung, ich bin sehr stolz Ja, wie schön Ist das für dich nicht schrecklich? Zeigen dir nicht alle Menschen immer ihre publigen zwei bis vier Bilder, die sie haben? Ja, das stimmt Guck mal, das mag ich wirklich als Bild Aber doch ein schöner Rahmen Ja, den finde ich auch Der Grafiker und Maler Horst Janssen ist Inas Favorit Ja, das ist schön Gerne hätten beide sie im Stil von Janssen porträtiert Ja, weil ich ja aus so einer ähnlich tristen Gegend da komme Aber der Lokalmatador fand keine Gnade Aber tausende von Kupferstichen hat der wilde Hamburger bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren ausgekratzt Hast du sowas auch gemacht? Ja, ich hätte also vorgezogen, so eine Zeichnung zu machen Ja Von Horst Janssen, also in der Handschrift Bei dem kann man dieses Wort Handschrift wirklich anwenden Man setzt sich hin und dann Ich zeichne oft so Dass ich einfach so die Hand laufen lasse Wie man beim Telefonieren so mal Ja, genau Und dann wird es so langsam Und dann ein bisschen kolorieren, oder? Boah, der hat schon tolle Sachen Ja Das sind im Augenblick dann Ja, sowas kenne ich von dem ja eigentlich Ja, hat er auch gemacht Aber es steht ihm auch Ja, das macht bei einer Matiska einen großen Unterschied Ob man eine Brille anhat oder nicht Verstehst du? Aber wir kriegen das schon hin Schön, ne? Und es sieht er sogar ähnlich Ja, bleibt Die Ähnlichkeit bleibt, ne? Was? Achso, jetzt meinst du die Blei Naja, aber es könnte ja jetzt was verschwinden Ist erstaunlich, oder? Dadurch, dass man orange Lippen und blaue Ohren machen Nein, ist nicht so Weil die Ähnlichkeit setzt sich aus der Struktur der Muskulatur zusammen Verstehst du? Mhm So, guck mal jetzt Das Schöne ist, dass du diese mit Bleistift schwarz gemalten Falten, die sind jetzt endlich weg Die sind weg Und damit wird man so alterslos Mhm Nur an der Stirn So Da muss noch Ah Oh, herrlich Herrlich, ne? Ja Voila Noch ein bisschen heller Sieht toll aus jetzt so mit der Nase und so auch Ja Ja Kannst du mal sehen Du kannst es halt doch Ja, doch Betonung auf doch Ja Stell dir mal vor, du könntest so singen, wie ich male Na dann wäre ich ja Dann hätte ich ja schon mehrere Echos eingesackt in meinem Leben Mathis ging es um die Farbe Nicht um die exakte Abbildung Und er hatte ein Credo Mathis Ratschlag nimmt sich etwas altmodisch aus Wenn er von den Künstlern fordert Maler hört auf zu hassen Mit Hass kann man nicht kreativ sein Nur mit Liebe Pflegt das Glück in euch durch einen guten Arbeitstag Selbst für uns in Alt-Hippie-Beltracki Die reinstes Flower Power Gerede Ganz schwierig zu signieren Man hat kaum noch eine Fläche Wo man signieren kann Da so seitlich Seitlich, ja Macht man nicht, ne Macht man nicht, ne Ich singe die doch nicht seitlich Wir wären doch ein super Paar, oder? Barbara Der Wolfgang und ich, wir wären wirklich Ich glaube, einer wäre nach 24 Stunden tot Würdest du mich dann auch angreifen, ne? Die Marke beichet Die Marke beichet Die rausschmeißen Jeden Tag einmal Jeden Tag einmal rausschmeißen Und wenn du was Schlimmes gemacht hast Wird immer 10 Bilder unten auf den Kopfsteinpflaster geworfen Im Regen Aus dem Fenster, ne? Du weißt, weil ich... Säure übergossen Säure, ja Und ich würde immer gut dann brand die Treppe hochrennen Und würde dich aber natürlich niemals schlagen Nein, aber du stellst es, würdest dir vorstellen, wie es wäre Wie es wäre Es zu tun Ah Und das war Du würdest immer rufen, machst mich wahnsinnig, machst mich wahnsinnig Aber es steht ihm auch nicht so, oder? Mhm So, jetzt gehen wir Jetzt gehen wir Da Wolfgangs Haare doch schon etwas dem Alter Tribut sollen Werden ihm Hüte immer wichtiger Der Meisterfälscher und sein Modell unterwegs ins Hotel Das ihnen für diese Sitzungen als Atelier dient Und jetzt kreuzen sich unsere Wege wieder Nein, nein, nein Du hast alles aufgegessen Wo ist die Schokolade? Du Da war doch vorhin noch welche Wirklich? Hast du die aufgegessen? Ja, ne? Das war nur so ein kleines Nuss Ja Das ist doch nicht wahr, echt Schlimm, ne? Habe ich mir extra verwarnt Wirklich? War aber doch gar nicht von dir Das ist kein gutes Foto Hast du schon wieder Schokolade? Ich muss jetzt mal sehen, dass ich diese... Das ist natürlich... Das ist ja trotzdem... Du kannst ja auch mal was dazu sagen Ja, ich finde das ja schön, muss ich sagen Ich sehe das hier nur noch nicht so Ja eben, da sind wir ja auch noch nicht Wir sind ja im Moment Wir sind ja im Moment eigentlich war man mehr so da Das ist das, was man da sieht Hat also nichts mit der Lokalfarbe zu tun Sondern nur mit so einer Vorstellung im Kopf Von der Empfindung Und das muss man dann machen Kann ich dich da irgendwie unterstützen? Ne, eher nicht Vielleicht mal den Mund halten Vielleicht kann ich einfach mal den Mund halten Vielleicht... Das ist ja kontraproduktiv Malen ist eigentlich ein einsamer Job Früher erlebte Biltracki auch noch die Einsamkeit des Fälschers Der in fremder Haut steckte und Meisterwerke schuf Ohne mit seinem Namen dazu zu stehen Gibt es das in der Kunst auch, dass jemand sehr berühmt ist Aber eigentlich der Schlagersänger unter den Malern? Ja, ja Ganz viele Wer denn so? Ich bin Ina Ich weiß, ich weiß es Ah, Sie haben diese schöne Bluse angezogen Für Sie Ja, die ist hübsch Ich habe sogar auch noch passenden Nagellack dazu aufgetragen Oder finden Sie das schon wieder zu viel? Gefällt mir gut, ne Ganz gut? Ja, wir brauchen ja nur hier so ein bisschen hier oben Ich weiß gar nicht, was wir machen Ich bin etwas nervös Wir malen einen Kopf Ihren Kopf Wir hätten aber auch noch als letztes Aufbau Den Hintern malen können Hallo Helen, Helene Immer mit dabei Helene Beltracki Die Frau des Meisters Sie ist im Komplizinn und Muse Ja, da gehe ich immer Ich habe dich aus dem Fenster gesehen Aber reizen tut die Ina den Wolfgang schon nach wenigen Minuten Dass man beim Malen so eine Schürze umbindet Ja, was denn? Soll ich mir meine einzige Hose versauen? Ich weiß nicht Vielleicht was anderes als eine Schürze Das ist eine Maler-Schürze Siehst du doch Guck mal Ja, ja Vielleicht Ich weiß nicht Meine ganzen Fälschungen habe ich daran abgestrefft Sind das noch die alten Fälschungen, die da drin sind? Ja, ja, sind die noch Ist da auch dieses Weiß drin, was die ich verraten habe Ja, genau Das war auch Da noch in der Schürze drin Du hast ja Glück, dass du keinen umgebracht hast, glaube ich Nein, nein Dass diese Geschichte so wahnsinnig sympathisch ist Nein, ich habe doch keinen umgebracht Wie bei Bonny und Klein Würde ich doch nicht tun Nein, das weiß ich Also ich sage mal so ein Typ wie Maschmeyer zum Beispiel Aber ich habe trotzdem gerne eine Strafe gekriegt Als hätte ich da einen umgebracht Als hättest du einen umgebracht Aber dieses Es ist ja schon ein bisschen albern Dieses abends immer ins Gefängnis fahren und da schlafen Wie nervig Ziemlich nervig Oder? Also entweder ganz oder gar nicht Vor allen Dingen, wenn man mit jemandem schläft auf einem Zimmer Den man nicht unbedingt mag Ach, man ist doch zu zweit dann Zu dritt, zu vier Aber das ist doch das Schlimmste dann, oder nicht? Ja, ich hatte Dass man keine Privatschäder hat Das soll man ja auch nicht Soll man ja auch keinen Ich hatte einen Bankgut drüber Mit dem ich zusammen geschlafen habe Der war ganz nett Der war ja nicht dumm War ja ganz gut Kein Assi in dem Sinne Wo man sagt Ja, aber manchmal ist es besser ein Assi Wenn ich dir nur eine Frage jetzt hätte stellen dürfen Hätte ich glaube ich die gemacht Zu sagen Was mich so wundert ist Ist nicht kopieren Viel, viel Schwieriger als selber malen Das ist natürlich jetzt Ziemlich dämliche Frage Warum? Weil ich überhaupt niemals ein Bild kopiert habe Ach, du hast Ach, naja, stimmt Du hast nur den Stil dann Die Handschrift Die Handschrift Ja Was machen wir eigentlich? Ich male sie jetzt Ich tut es dich mal einfach Ja, machen wir es jetzt einfach Das geht gar nicht so Ich male dich jetzt in der Handschrift von Matisse Matisse war ein französischer Maler Der vor allen Dingen berühmt geworden ist Durch seine Werke in dieser phoistischen Phase Das war von 1905 bis 1907 Okay? Den kennen wir immer, ne? Mit dem Brusten